Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video bei uns auf dem KryptoGi-Kanal. Finn wird mit euch gleich einmal über eine Cycle-Theorie sprechen. Wie könnte sich Bitcoin in den nächsten Wochen und Monaten entwickeln? Wird sich natürlich die letzten Bitcoin-Cycles historisch anschauen und danach wird er auch nochmal auf Korrekturen in den letzten Bitcoin-Bullenmärkten schauen. Was sind mögliche Korrekturen? Also ein bisschen historisch die gesamte Geschichte angehen und darüber sprechen, was das Ganze für die Zukunft vorhersagen könnte. Liam spricht danach auf dem größeren Timeframe, Monthly-Timeframe, über eine mögliche Korrektur bis runter auf die 22.000 Dollar. Was sind die Chancen dafür? Wie stehen die Wahrscheinlichkeiten? Das Ganze wird sich Liam mit euch genauer anschauen und ganz am Ende mit mir. Wir sprechen über die Präsidentschaftswahl 2024 in den USA. Keine Präsidentschaftswahl war jemals so wichtig für die Krypto-Industrie. Was dabei die aktuellen Entwicklungen und Details sind, ganz am Ende mit mir im News-Pod. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir den ganzen einmal einen Daumen nach oben da lasst. Lasst uns gerne mal versuchen, hier heute auf dem Video die 25 Likes voll zu machen. Jetzt möchte ich euch gar nicht länger aufhalten und wir starten direkt einmal rein ins Video. So, in den On-Chain-Daten wollten wir uns heute nochmal hier diese Cycle-Theorie anschauen, denn wir befinden uns ja im Endeffekt immer noch hier in einer kleinen Aufwärtsbewegung seit dem Boden, den wir jetzt diesen Bullenmarkt gesehen hatten. Und es ist jetzt natürlich im Endeffekt die Frage, wo befinden wir uns? Ist das schon der Start in den nächsten Bullenmarkt gewesen? Werden wir jetzt einfach in den nächsten, ja, 1, 2, 3, 4 Monaten vielleicht schon größere Rallys nach oben sehen? Oder kann das Ganze vielleicht noch ein bisschen dauern? Wir hatten uns das Ganze ja schon öfter angeschaut in Bezug auf die Halvings. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal ein bisschen skaliert an den All-Time-Highs an. Aber vielleicht jetzt erstmal dazu, was wir hier wirklich erkennen können. Wir sehen hier immer, wir haben hier die drei, Entschuldigung, vier verschiedenen Phasen. Erstmal neues All-Time-High, das ist im Endeffekt die extreme Phase des Bullenmarktes. Nach dem roten Strich hier sehen wir hier, hier und hier, nachdem wir dann immer ein All-Time-High gesehen haben. Danach haben wir natürlich noch den Bärenmarkt, der kommt nach dem Bullenmarkt, wo dann die starken Korrekturen kommen. Und am Ende des Bärenmarktes sehen wir dann meistens den Boden, hier, hier und hier. Danach kommt die Akkumulationsphase. Da steigt der Kurs tendenziell deutlich schon mal an, hat aber auch noch stärkere Korrekturen, wie wir das immer wieder gesehen haben. Das ist auch die Phase, in der wir uns aktuell befinden. Hier können es immer wieder zu Korrekturen kommen, wie wir uns eben schon hier angeschaut haben. Aber bedeutet im Endeffekt auch noch, dass wir eben noch nicht in der Preparation-Phase sind. Nämlich zeitlich gesehen in der Phase, wo es dann schon mal ein ganzes Stück deutlicher nach oben geht. Und wir dann im Endeffekt am Ende der Preparation-Phase in den exponentiellen Bullenmarkt übergehen, wo wir das hier vielleicht 2016 fast am schönsten gesehen haben. Wir haben hier gesehen, schön aus dem Bärenmarkt gekommen. Dann leichte Kursanstiege, aber auch mit größeren Korrekturen. Dann in der Preparation-Phase geht der Kurs schon deutlich nach oben. Wir fangen sozusagen den Bullenmarkt langsam an. Und als letztes kommt dann der exponentielle Bullenmarkt. Hier haben wir das im Endeffekt aber auch gesehen. Auch in der Accumulation-Phase Kurs ist es schon deutlich angestiegen, aber auch wieder deutlich abgefallen. Hier ist dann in der Preparation-Phase der Kurs zwar auch deutlich angestiegen. Wir haben die Phase hier bis zum Ende, aber sag ich mal betrachten, haben wir schon einen deutlichen Kursgewinn gesehen. Hier aber auch natürlich mit dem Corona-Crash, also mit einer extremen Korrektur nochmal drin. Und danach haben wir dann im Endeffekt den exponentiellen Run-Up nochmal kurz bis vor unser All-Time-High gesehen. Auch wenn wir diesen Bullenmarkt dann ja nochmal eine fast 50% Korrektur hatten. Bevor wir dann nochmal unser All-Time-High um ein paar tausend Dollar übertroffen hatten. Trotzdem, was bedeutet das jetzt für uns? Für uns bedeutet das meiner Meinung nach erstmal, dass diese Korrektur jetzt erstmal vielleicht gegebenenfalls noch ein bisschen weiter gehen könnte. Insgesamt sollten wir uns jetzt aber nicht zu einem großen Kopf machen, weil es einfach zu diesen Phasen dazugehört. Zur Accumulation, zur Preparation-Phase, dass es immer wieder zu Korrekturen kommen kann. Trotzdem kann man davon ausgehen, dass, so wie wir es jetzt gesehen haben, der Kursanstieg schon durchaus erkennbar sein wird. Sag ich jetzt mal, gerade in der Preparation-Phase ist der Kursanstieg schon deutlich, deutlich stärker. Und das bedeutet, dass wir eigentlich in den nächsten, ja ich sag jetzt mal kommenden Monaten, in den nächsten anderthalb Jahren definitiv schon Kursgewinne sehen sollten. Auch, wenn man natürlich davon ausgehen könnte, dass vielleicht wirklich dann das All-Time-High schon noch ein ganzes Stück von uns entfernt sein könnte. Trotzdem sollten wir uns jetzt die kurzfristigen Kurzentwicklung natürlich in den Charts nochmal anschauen. Das macht ihr ja mit euch und ich verabschiede mich ja für heute. Ciao, ciao. Okay Leute, dann auch nochmal willkommen zurück zur Chart-Analyse. Wir wollen uns heute mal die größeren Timedrames anschauen, um zu schauen, was so in den nächsten Wochen und Monaten, sag ich jetzt mal, in einem Spektrum von ungefähr, ich sag jetzt mal, ein bis acht Monate passieren kann beim Bitcoin-Kurs. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt mal beim Monatschart, denn hier können wir natürlich etwas sehr Wichtiges erkennen und zwar waren wir jetzt über vier Monate, um genau zu sein, vier Monate und ein paarundzwanzig Tage in unserer Widerstandszone drin, die sich je nach Exchange, je nachdem wie man sie einzeichnet, ungefähr von 28.500 bis 32.000 US-Dollar erstreckt. So habe ich sie zumindest mal eingezeichnet. Wir haben es nie an die obere Widerstandslinie der Widerstandszone geschafft, waren aber ewige Zeit drin, waren zwischenzeitlich mal wieder kurz draußen, sind wieder reingepusht und so weiter und so fort. Und jetzt sind wir tatsächlich so niedrig, sag ich jetzt mal, wie noch nie nach unten rausgefallen. Bleibt natürlich spannend, ob wir es bis zum Ende des Monats vielleicht aus irgendwelchen Gründen wieder da reinschaffen oder ob wir jetzt weiter abverkauft werden. Das Ganze ist natürlich extrem dadurch unterstützt, dass wir hier momentan erstmal nur mit einem WIC auf unserem wichtigen Support von 25.200 US-Dollar gebounced sind, der tatsächlich sogar hier auf dem Monatschart zu erkennen ist. Und dementsprechend hätten wir jetzt zwei verschiedene Szenarien. Es kann natürlich sein, dass wir hier bouncen und einfach das Ganze wieder nach oben gehen und jetzt zwischenzeitlich unsere 25.200 US-Dollar einfach unser Boden waren. Vor allem, weil wir ja schon mal bis zu den 25.200, 24.500 US-Dollar letztens vor ein paar Wochen gefallen sind und wir dementsprechend einfach einen doppelten Boden bilden und weiter nach oben ausbrechen. Das zweite Szenario wäre, dass wir tatsächlich durch die 25.200 durchfallen und dann hätten wir hier die untere Linie. Das ist eine Kurve, die ich hier einfach mal mit den verschiedenen Böden verbunden habe aus den gesamten Cycles hier raus. Also hier, hier und hier verbunden und dementsprechend könnte es natürlich hier sein, dass wir nochmal bis zu dieser Linie von ungefähr hier an diesem Punkt 22.000 US-Dollar fallen werden und wir dort dann tatsächlich den Boden sehen. Das bedeutet, dass wir jetzt hier eine leichte Seitwärtsbewegung haben, vielleicht die nächsten zwei, drei Monate noch hier nochmal die Linie antatschen bei 22.000 US-Dollar. Vielleicht nochmal kurz drunter wicken, je nachdem. Das kommt natürlich immer darauf an, wie da gerade die Marktstimmung ist und wie natürlich auch noch die News kommen. Und dann hier von abbouncen, dann haben wir hier bzw. erwartet uns hier ja auch im Frühjahr nächsten Jahres das nächste Halving und dementsprechend wäre das dann ein guter Punkt, um dann hier von dieser unteren Supportlinie abzustoßen. Jetzt wollen wir nochmal vorgehen in den Weekly Chart, denn im Weekly Chart können wir einfach nochmal das Ganze in etwas kleiner erkennen und wir können unseren Support nochmal etwas bisschen besser erkennen. Denn wir haben hier natürlich nicht nur unsere elliptische Supportkurve, die wir hier eben angeschaut haben, sondern wir haben hier auch horizontalen Support bei diesem Preislevel von 22.000 US-Dollar und weshalb dieses Preislevel ebenso interessant ist und ebenso realistisch zu erreichen wäre. Und zwar haben wir hier Wix, die das erreichen, hier einen Close und hier einen Close und hier ebenfalls nochmal Antests gehabt, die perfekt dieses Supportlevel angetestet haben. Das bedeutet, wenn wir hier drunter fallen sollten unter die 25.200 US-Dollar, halte ich die 22.000 US-Dollar für extrem realistisch. Ich habe in den letzten Videos ja auch schon oft, Leute, ihr wisst es, wenn ihr die Videos gesehen habt, ich habe immer die Preislevel von 27.000 US-Dollar und 25.200 US-Dollar für einen möglichen Dump erwähnt. Und beide wurden perfekt erreicht. An einem Tag wurde 27.000 US-Dollar erreicht und am nächsten Tag wurden direkt die 25.000 exakt 200 US-Dollar erreicht. Natürlich je nach Exchange bei extrem volumenreichen Exchanges sind wir natürlich deutlich niedriger nochmal gefallen. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine, Leute. Auf dem Index-Chart beispielsweise haben wir exakt die 25.200 angetestet. Und dementsprechend könnte ich mir sehr gut vorstellen, das sollten wir hier nach unten hindurch fallen, natürlich mit einem Close auf einem übergeordneten Timeframe, sprich Weekly oder sogar Monats-Timeframe. Dann könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass wir nochmal in diesen Bereich fallen werden, eben bevor es langsam in die Bullenphase losgeht mit dem Harving 2024. Also Leute, das hier auf jeden Fall im Auge behalten. Und sollten wir mit einem Close, mit einem wichtigen Close unter die 25.200 US-Dollar fallen, dann ist das natürlich sehr kritisch zu betrachten. Und während, falls wir hier jetzt tatsächlich einen sehr guten Weekly Close haben oder in 10 Tagen den Monats-Close, dann davon bouncen von den 25.200, also hier in Richtung 26.000, 27.000 US-Dollar wieder, dann würde das Ganze natürlich sehr danach aussehen, als würden wir hier einfach eben das haben, was ich eben erwähnt habe, mit einem doppelten Boden quasi nach oben pushen. Sollten wir hiervon gut abstoßen, könnte das natürlich eben der Fall sein. Wir haben auch oft Double-Top-Formationen gesehen, die dann abgestürzt sind. Und dementsprechend, beispielsweise haben wir das hier gesehen, wir hatten hier Double-Top und sind dann jetzt zwischenzeitlich nochmal unter 20.000 US-Dollar in extrem kurzer Zeit gefallen. Und dementsprechend, Leute, sollten wir das hier auf jeden Fall im Auge behalten für die übergeordneten Timeframes. Und Leute, das war es auch wie immer mit der Chart-Analyse. Heute mal ein bisschen größere Timeframes, einfach eine bisschen übergeordnete Analyse. Und ansonsten würde ich sagen, viel Spaß beim News-Part mit Timo und bleibt bis zum Ende dran. 2024 stehen die Präsidentschaftswahlen in den USA an und diese werden so wichtig wie nie zuvor für Bitcoin, Ethereum, ETC. Warum und was jetzt das Ganze mit Elon Musk zu tun hat, dieses Thema wollen wir uns jetzt heute einmal gemeinsam im News-Part anschauen. Also zuerst einmal, warum sind diese Präsidentschaftswahlen 2024 so wichtig für die Krypto-Industrie? Ganz klar, die letzten Jahre war Krypto oftmals noch zu neu und zu klein, anstatt dass es für Aufsichtsbehörden und für Regierungen interessant gewesen wäre, das Ganze zu regulieren, Steuern zu erheben, ETC. Natürlich gibt es bereits Regulierungen in einem kleinen Maße, aber nicht so, wie wir das Ganze wahrscheinlich jetzt in den nächsten Jahren sehen werden. Und da die USA einfach eine sehr, sehr große Entität im Krypto-Raum sind, sehr viel Krypto-Industrie in den USA ansässig ist, ist es natürlich auch sehr, sehr wichtig, wer die Person ist, die über diese gesamten Gesetze entscheidet. Jetzt aber zurück zu dem Thema, was Elon Musk mit diesem ganzen Thema zu tun hat. Und zwar unterstützt er aktuell einen neuen, aufstrebenden republikanischen Präsidentschaftskandidat für die Wahl 2024. Dabei geht es um, der Name ist etwas schwierig auszusprechen, Vivek Ramaswami. Ich hoffe, das Ganze passt jetzt so. Dieser ist Krypto gegenüber sehr, sehr offen eingestellt. Unter anderem ist er auch für eine Verstärkung der Krypto-Industrie. Diese sollten in den USA wieder gefördert werden. Generell sehr offene Haltung gegenüber digitalen Assets und auch Kryptowährungen. Er selber beispielsweise akzeptiert auch Spenden für seinen Präsidentschaftswahlkampf in Bitcoin. Das Ganze ist sehr ähnlich zu Robert Kennedy. Der macht das Ganze auch. Jetzt ist natürlich die ganz große Frage, was hat das mit Elon Musk zu tun? Wie wird Musk hier tätig werden? Schon bei der Präsidentschaftswahl 2020 hat sich Elon Musk für verschiedene Kandidaten ausgesprochen und immer mal wieder seinen Senf, wie man schon wirklich sagen muss, dazugegeben. Er ist einfach eine sehr, sehr einflussreiche Person aufgrund seiner Größe, seiner Followeranzahl und natürlich wird er mit seiner Meinung einige Wähler in den USA beeinflussen können. Deshalb ist es natürlich sehr interessant, wenn er sich jetzt zu einem kryptofreundlichen Präsidentschaftskandidaten sehr, sehr positiv äußert. Die ganz große Frage ist aber, wie groß sind jetzt die Chancen für einen kryptofreundlichen Präsidentschaftskandidaten? Und dafür müssen wir uns einmal ganz kurz ansehen, wer überhaupt bei der Wahl antreten wird. Da haben wir einmal Trump, den ehemaligen Präsidenten vor Biden. Dieser ist aktuell im Camp der Republikaner mit 53% der Stimmen. Ja, man kann schon wirklich sagen, der absolute Favorit, der sehr, sehr sicher kommen wird. Dann haben wir noch einige andere Namen. Die sind jetzt aber erstmal nicht so relevant für uns. Ein weiterer Name, der aber relevant für uns ist, ist Ron DeSantis. Dieser ist unter anderem auch der Gouverneur in Florida. Hier hat er eine sehr, sehr kryptofreundliche Haltung. Er möchte Florida unter anderem zu einem Kryptohub ausbauen und die Industrie fördern. Er hat aktuell laut Umfragen ca. 26% der Befragten auf seiner Seite. Das bedeutet, es könnte sehr, sehr interessant werden, wenn es Ron DeSantis schafft. Man muss aber dazu sagen, dass er ein sehr, sehr extremer Hardliner ist. Vor allen Dingen in dieser republikanischen Szene. Das bedeutet, ob sich das Ganze jetzt dann generell positiv makroökonomisch auswirkt, das ist noch nicht ganz klar. Aber gemeinsam mit Vivek Ramaswami wären diese beiden Kandidaten aus Sicht eines Krypto-Industrie-Teilnehmers auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Wahl. Bei den Demokraten sieht das Ganze nochmal ein bisschen anders aus. Wir haben natürlich Joe Biden. Dieser hat eine ganz gute Chance und vor allen Dingen, wie erwähnt, Robert F. Kennedy. Dieser akzeptiert auch seine Wahlkampfspenden in Krypto, möchte unter anderem Steuern zurückfahren und generell die Krypto-Industrie wieder fordern. Das bedeutet, wir haben drei Namen, die wirklich sehr, sehr kryptofreundlich sind. Interessant wird es, ob sich dabei jemand durchsetzen kann. Generell denke ich aber, diese Wahl wird einen sehr, sehr großen Einfluss auf die Krypto-Industrie haben, so wie wir sie heute kennen. Diese wird sich wahrscheinlich durch diese kommenden Gesetze dann nochmal grundlegend ändern. Das war es jetzt so weit von mir. Wir sehen uns morgens im nächsten Video. Ciao.